Servus, ich bin's wieder. Ich habe im letzten Video gezeigt, wie beim Tutera das Lager hinten gescheit wackelt und infolgedessen der Anhänger hin und her wackelt, was sehr unangenehm ist zum fahren und ich habe gemeint, die Lager sind ausgeschlagen. Ist aber nicht der Fall. Ich habe Tutera einfach angeschrieben, habe ihnen das gezeigt und sie haben eine ganz einfache Lösung gehabt. Ich will euch das mal zeigen. Hier ist das Gelenk und wie es in der Anleitung steht, ich habe es kurz eingeblendet, man muss einfach nur die Mutter lösen. Diese Schraube hier drin dient als Achse und es ist ein Gewinde drin, das heißt die ist echt verschraubt. Man kann dann, nachdem die Mutter gelöst wurde, die Schraube mit dem Insechskant einfach nachziehen, also anziehen und danach die Mutter wieder drauf und so und halt gegenhalten mit dem Insechskant auf der linken Seite hier mit der rechten Seite die Mutter anziehen und dann ist es wieder fester. Und das gleiche mit dem Gelenk und man hat ja anscheinend nur, also ich hatte hier wahrscheinlich nur axiales Spiel und kein radiales. Das Lager ist anscheinend völlig in Ordnung. Das funktioniert jetzt wieder mit wenig Spiel. Ganz wichtig, bleibt mir Tutera auch darauf hingewiesen, nicht mit dieser Schraube spülen. Das macht die Klebeverbindung kaputt. Also die Klebeverbindung stellt die Verbindung hier zwischen dem Rohr und der Buchse her und das ist nur Sicherheit. Also auf gar keinen Fall hier dran was machen. Ja und das war's eigentlich auch schon. Also genau, man sieht ja auch, dass der Tutera ganz toll ist, wenn man hinten einen Platten hat, weil die Inhalt alles Montagestände und genau das ist mir gestern passiert. Platten gefahren. Naja, wird wieder gericht.